Einen schönen guten Morgen meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 17. April. Gut, starten wir wieder mit dem Monatschart und dem fallenden Trendkanal im großen Bild. Wir befinden uns nun direkt an der oberen Begrenzung dieses fallenden Trendkanals bei 12.100 Punkten ungefähr und nun ist die Frage, ob wir hier doch wieder nach unten abdrehen oder ob die Kraft reicht und der DAX nach oben ausbricht. Der Abwärtstrend in dem Monatschart gilt bereits seit Januar 2018, der Trendkanal selber gilt bereits seit Mai 2017, da wurde damals hier diese untere Begrenzung dieses Trendkanals bestätigt, in Folge ging es dann in einer großen Aufwärtsbewegung wieder nach oben zum oberen Bereich dieses Trendkanals und dann eben ab Januar 2018 mit Unterbrechungen natürlich bergab und nun ist die Frage, ob wir hier durchbrechen nach oben oder doch wieder nach unten abdrehen. Sollten wir durchbrechen, dann würde sich Raum ergeben, zunächst einmal bis 12.500 Punkte ungefähr und dann würde es weiter hoch gehen Richtung 12.800 zum Widerstand hier und möglicherweise sogar über 13.000 Punkte Richtung oberer Fibonacci-Fächer. Sollten wir doch wieder nach unten abdrehen, dann würde sich die nächste Anlaufmarke am unteren Fibonacci-Fächer befinden. Dafür würde einmal der aktuell wenigstens weiter bestehende Abwärtstrend im Monatschart sprechen. Dafür würde auch sprechen, dass wir noch zwei offene Gaps nach unten haben, bei 11.780 und bei 11.550 Punkten und dafür würde auch die aktuelle Überkauftheit sprechen, die im Markt vorliegt, die eher darauf hindeutet, dass wir in den nächsten Wochen vor einer weiteren Abwärtsbewegung stehen können. Machen wir dann weiter mit dem Wochenchart und den Markierungslinien für die laufende Woche. Da sind wir nun deutlich über die rote Markierungslinie angestiegen von 12.000 Punkten. Aktuell in der laufenden Woche mit einem Plus von 0,84% bei 12.101 Punkten. Solange wir unter 12.000 Punkte nicht wieder zurückfallen, dürfte der Index weiterzulegen und im großen Bild dann hätte er Möglichkeiten bis 12.450, 12.500 Punkte. 12.000 Punkte, das sind aktuell die wichtige Marke. Sobald wir hier wieder nach unten durchkippen, würde höchstwahrscheinlich ein Abprall vom oberen Trendkanalbereich im Monatschart, den wir gerade gesehen haben, gelungen sein. Und wir würden dann zunächst einmal wieder Kurs nehmen auf 11.820 Punkte, 11.800 Punkte. Also die Marke von 12.000 Punkten ist aktuell auch für Short-Positionen die Signalmarke. Sobald wir hier wieder nach unten einbrechen, dürften die Bären das Ruder wieder übernehmen. Machen wir dann weiter mit dem Tagesschart für den heutigen Mittwoch und den Markierungslinien für den heutigen Mittwoch. Da befindet sich nun der Long-Bereich zwischen 12.020 und 12.080 Punkten, der Short-Bereich dann zwischen 12.140 und 12.180 Punkten. Wir sind aktuell weiterhin im Long-Modus, der Kreis ist weiterhin blau. Sollte sich da ein Farbwechsel von blau auf rot ergeben, dann werde ich das natürlich direkt dann im Blog unter dem Video mitteilen. Das wäre dann natürlich auch sehr wichtig für die aktuelle Lage im Hinblick auf die Notierung im oberen Bereich des fallenden Trennkanals im Monatschart. Noch ein Hinweis, im Long-Modus sollten Long-Positionen länger gehalten werden, also über mehrere Tage, beziehungsweise sobald sich ein Farbwechsel ergibt, dann von blau auf rot, könnte die Long-Positionen dann wieder geschlossen werden. Bei Short-Positionen muss man etwas aufpassen. Die würden sich dann im Long-Modus nur für den Tageshandel anbieten. Die sollten dann vor Tagesschluss dann wieder verkauft werden und nicht über Nacht gehalten werden, da die eben gegen den Trend gerichtet sind. Und aktuell befinden wir uns, wie gesagt, im Long-Modus. Und daher sollten Short-Positionen, sollte man die in diesem Bereich zwischen 12.140 und 12.180 Punkten eingehen wollen, auch eng abgesichert sein. Gut, dann wären wir wieder durch für heute. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im Handel am heutigen Mittwoch. Ich melde mich eventuell im Blog dann nochmal, je nach Verlauf. Und natürlich, sobald sich ein Trendwechsel ergibt von blau auf rot in unserem Trendindikator und dann am morgigen Donnerstag wieder mit dem ING Markets Morning Call. Viel Erfolg und machen Sie es gut!